Hallo! Wir haben heute schon 300 Kilometer hinter uns von Hamburg nach Dänemark. Wir haben in Dänemark schon einmal das Meer überquert und jetzt ist es wieder so weit. Hier, weil diese Brücke werden wir drüber fahren. Wie lang ist denn? Die ist ca. 16 Kilometer. Wow! Kinder, schaut einmal, wie lang die Brücke ist. Ist die Brücke noch geschwält? Nein, auch nicht. Wasser, soweit es auch wie reicht. Genau. Es ist echt spannend, wie groß, also wie lang so eine Brücke ist. Hier, Schatzi. Full work. Full work. Aufstehen und auf dem Weg. Das war jetzt wie noch in der ersten Zukunft. Die Stadt und als die Stadt. In der Stadt ist ja zehn Jahre auf dem Weg. Das ist es auch immer noch. Wir werden uns jetzt noch im Verpacken auf der Stadt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht 19 Grad, wenn überhaupt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.